Wusstest du, dass ein Elektroboiler bis zu 50% deiner gesamten Stromkosten im Haushalt ausmacht? Das ist eine richtig grosse Summe. Mit einem Wärmepumpenboiler kann man bis zu 70% dieser Stromkosten einsparen, da dieser die Wärme aus der Umgebungsluft entzieht. Das Ganze funktioniert im Prinzip gleich wie ein Kühlschrank, nur umgekehrt. Ein alter Elektroboiler kann ganz einfach mit einem neuen Wärmepumpenboiler ausgetauscht werden. Das Wärmepumpenaggregat ist fixfertig auf dem Boiler installiert und man muss nur die Wasseranschlüsse anpassen. Der zusätzlich positive Nebeneffekt ist die Entfeuchtung deines Kellerraumes. Du schlägst zu zwei Fliegen mit einer Klatsche und spart dir die Kosten eines Entfeuchtungsgerätes. Vor allem im Wäscheraum ist das ein riesen Vorteil. Der Austausch geht in wenigen Stunden vonstatten und man spart langfristig gesehen eine Menge Geld.